Hi Freunde, wir sind wieder zurück mit einer weiteren Folge CSGO Danger Zone. Die letzte war ja wieder so, hm, nur Zweiter geworden. Hätte besser sein können, weil so ein Feigling mit einer Scout da oben rumhockt. Und einfach wartet, bis man aus der Zone raus muss. Aber was soll's, solche Feigensäue gibt's auch. Schauen wir mal, wie es diesmal wird. Zweiter ist ja noch ganz okay, damit kann man leben, obwohl ich ja sowieso nichts triff. Die Frau macht hier die ganze Arbeit. Da hinten ist blöd, da kann immer nur einer hin. Ja, du kannst ja schon mit dem Fallschirm da ein bisschen drüber machen. Naja, irgendwie jedes Mal, wenn ich mit dem Fallschirm in eine Richtung gehe, wirft er mich kurz vom... Da darf ich mich direkt in eine Richtung gehen, nur schwenkt, wartet es auch, weil er unter ist. Sonst zieht sich direkt über die Schmutz. Schlecht? Mhm. Naja, mich zieht irgendwie immer zurück, egal was ich mach. Da bist du schon? Ja. Wofür? Ja. Um, ich muss... Da links liegt ne Waffenkiste. Ich schau mal, dass ich mir die snacken kann, gell? Hast du gemessen? Ich hab ne Axt. Wo? Ah, versteckt sich. Ja, ist ziemlich schön. Ah, ich seh ihn. Da sind zwei. Ja klar, und er trifft mich auch noch auf die Entfernung. Ich hab halt ne P90, die ist halt absolut nicht auf die Entfernung gedacht. Ja, Piste. Nee, ich hab keine Piste. Nicht näher gehen. Er steht da oben, der Wichser. Und irgendwas haben sie hier runtergeschmissen? Ich weiß nicht, Sprengstoff? Ja, das ist mit dieser, ja. Ich kann eigentlich nicht anders. Mal wie viel Halsspitzen machen. Was ist das? Ich hab keine Piste. Und dann ist das mit der Piste, das ist ein bisschen zu verhaken. Ja, ich hab das mit der Piste, die 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 Piste. Halt dich mal bedeckt bitte, einfach bedeckt halten, ich spore mal wo auch ganz anders steht. Natürlich kommt er gerade nicht zu, ne? Habe ich jetzt irgendwas in die Luft gejagt? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube ich habe was in die Luft gejagt. Also da nach rechts fliegen ziemlich viele Drohnen. Ich bin ganz weit weg geschafft. Passt auf, hinten und rechts fliegen. Ich bin hinter dir, steck dich nicht. Was hast du für eine Waffe? Also ich habe eine P90 mit 140 Schuss. Ich wollte es nur gesagt haben, falls du sie möchtest. Weil du besser, weil du besser beschwähig. Guck mal, da sind Drohnen. Was? Da müssten irgendwo Leute sein. Hier sind mega viele Drohnen hingeflogen. Kaufe ich mal ein Packungen? Mhm. Heilst du dich mal? Ich habe keine Heile. Ich habe gerade gekauft. Da. 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 Das ist nicht der Leck. Eins. Ja. Nehmen Sie das. Eins. Ja. Nehmen Sie das. Ähm, hier ist überall Zone. Jetzt sind nur noch sechs Gegner. Ähm, ne Axt. Wo bist du? Hm. Beißen. Da ist einer, da ist einer. Links ist noch einer. Ah, verdammt, der ist ganz laut. Wo ist er hin? Erschwunder gesprungen. Greif du hier. Ey, hier ist uns zu klein. Ich hab ne M4. Wo, wo, wo? Warte einfach kurz. Warte einfach kurz. Geh zurück. Irgendwo. Steck. Wie lange noch? Jetzt auf. Ah, draußen steht. Hör, nein. Nein. Ich hab halt keinerlei Wapenschuss. Guck mal, ich hab voll den Kopf. Guck mal. Die andere hat nämlich nur noch neun Schuss. Rechts, rechts, irgendwo. Wo, wo häng ich denn fest? Noch eins, ja. Ich bin unterwegs. Fühlst du die Heilung, oder? Ja. Ersch die Zone, schnell, schnell, schnell. Ja, ja. Oh. Hau mal auf einer Heilung. Zwei Stück. Einmal Munition, zweimal Heilung geholt. Da kommt der. Da kommt der. Sorry. Also einer ist hin. Der andere muss hier irgendwo sein. Ja. Ich seh nichts. Hinter, also ja, da irgendwo. Ersch hier runter. Mein ich zumindest. Ja, schau ich. Wo, 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 wo. Hinter uns, hinter uns. Zwei Stück. Ah, fuck, ich bin hin. Ich hab fein. Sehr nice. Frau regelt wieder, wie immer. So muss das sein. Erster, das gefällt einem doch schon besser. Auch wenn ich wieder nur zwei Kills oder so gemacht hab. Aber du hast auch noch ordentlich gefressen, gell. Ja. Danke für deine Unterstützung. Hm, so gefällt mir die Dangerous schon so besser, wenn wir als Erster darauf hervorgehen. Und so, mal schauen, ob wir direkt nochmal den ersten Platz machen können. Ich lande auf jeden Fall schon mal direkt über einer Waffenkiste. Das ist doch schon mal etwas. Eine Pistole ist immer praktisch. Wo? Ich kum, ich kum. Hier. Ich hab schon direkt eine Pistole. Schießest du mich gerade? Nee. Ähm. Halt die Bedeckung. Links sind noch mehr Gegner. Bist du schon hin? Ja. Habe ich jetzt irgendwie so gar nicht mitbekommen. Da kann ich los. Da hinten geht. Geht da rein. Geht der hin? Da hat keine Waffe. Wo denn? Auf der Krüge. Natürlich hat der eine Waffe. Auf der Krüge, Schatz. Ja, der hatte eine MP7. Ich dachte, du hast den gemein. Und latsch halt voll auf ihn zu. Okay. Und krieg hier halt erstmal voll gefressen. Direkt die Action. Weißt du, da spawnt man mal richtig gut, dass man direkt... eine Piste hat. Kann auch gleich einen mitnehmen. Und dann... rennt man so und kriegt voll auf die Fresse. Hä? Ich hab da eine Glocke aufgehoben. So, jetzt sind wir beide schon einmal gestorben. Jetzt kann es ja mal richtig losgehen, oder? So, wo bist du denn schon wieder da? Ich kum. Äh, was war das? Wo genau? Ähm, im Keller. Aber auch direkt, ähm... Kannst du noch mal Rhys voran? Ja. Ich geh mal wo ganz anders. Ja. 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 Warte einfach. Ich brauch 25 Sekunden. Ja. 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 Ich komme zu keiner Hoffnung. Hier oben liegt auch noch eine USB drum irgendwo. Wie viel Geld hast du? 2050. Was? Das sind auf jeden Fall nur noch sieben Gegner. Ich komme, ich komme, ich habe einen Hammer. Ne, MP9. Hm? Ja, nimm du die. Ist geordert. Kommt da schon wieder die Kackzone? Ja, da kommt schon wieder die Kackzone genau auf uns zu. Und hier sind überall Drohnen unterwegs, das heißt es sind überall Gegner am Start. Ich sehe halt die Drohnen. Rechts scheint auch irgendwo was zu gehen. Direkt hier hinter der Mauer ist eine Drohne gelandet. Ach, sag doch, dass du in den Keller gehst. Ich habe vorher nicht nachgeguckt, wo die Kackzone gelandet. Also hier wurden auf jeden Fall Leute gekillt überall. Ich höre die Kackzone schon wieder. Ja, keine Ahnung, hier ist überall Zone. Ja, ich weiß nicht ob ich das noch schaffe. Ich habe auch keine Heilung. Das war total doof in den Keller zu gehen. Wir wussten doch, dass die Zone hier irgendwo ist. Gleich ausdruckst du. Ja, ich bin tot. Das ist nur noch 40 HP, gell? Also Notiz, wenn die Zone in der Nähe nicht mehr in den Keller gehen. Weil man die Orientierung verliert. So haben wir es wieder nur auf dem vierten Platz geschafft. Naja, was soll's. Ah, die haben das gerade eingesammelt und sich dann gekillt. Naja, was soll's. Wenn's euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.